Community kann Kontext, Filter nicht. Wikipedia lebt durch die freie Verbreitung von Wissen. Derzeit plant die Europäische Kommission die Einführung automatisierter Upload-Filter, die zum Beispiel das Zitieren von Quellen in Wikipedia erschweren würden. Wenn sämtliche Plattformen im Netz vorgefiltert werden müssen, dann wird vieles verschwinden, was eigentlich online stehen darf. Und wir sind der Meinung, nur Community kann Kontext und automatische Filter nicht. Wikimedia Deutschland setzt sich gegen automatisierte Ablauf-Filter ein, für ein zeitgemäßes Urheberrechtpunkt, um freies Wissen zu schützen. Für freies Wissen. Ungefiltert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017